Sie haben es uns nicht einfach gemacht. Wir sind schlecht aus der Kabine gekommen. Ich denke, die erste Halbzeit war in Ordnung. Es gibt immer mal eine schwierige Phase im Spiel, aber du darfst dann in der internationalen Bühne keine Tore kassieren. Vor allem zu Hause. Das schmerzt ein bisschen, aber ich finde, unsere Reaktion danach war sehr, sehr gut. Wir haben es dem Gegner richtig einfach gemacht, zu diesen Toren zu kommen. Die zehn Minuten, eine Viertelstunde, über die nicht aktiv war, ist vielleicht gut auch, dass man dann auch so bestraft wird. Das wird uns helfen in unserer Entwicklung, dass wir dann noch konzentrierter, noch konsequenter in dem Bereich sind. Unterm Strich machen wir natürlich dann am Schluss das Tor. Dann kann man immer sagen, es ist ein bisschen glücklich. Aber für uns ist es ganz wichtig, auf jeden Fall mit einer Führung dort ins Spiel zu gehen. Wir haben es in den letzten Wochen gezeigt, dass es relativ schwierig ist, uns zu besiegen. Das wird aber dort nötig sein für den Gegner. Deswegen sehe ich die Chance jetzt nicht so schlecht. Vorm Spiel hätte ich wahrscheinlich ein 3-2 unterschrieben. Allerdings, wenn man den Spielverlauf sieht, dann glaube ich nicht, dass man jetzt hinterher zufrieden sein kann. Wir führen 2-1, lassen wenig anbrennen und dann fallen eigentlich zwei Tore, die so nicht fallen dürfen auf dem Niveau in meinen Augen. Wir haben in der Europa League kein einziges Spiel zu Hause verloren. Und ich glaube, das sagt einiges über unsere Stärke auf. Dementsprechend kann Dortmund auf jeden Fall die Ärmer hochkrempeln.